Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Newstool für die Tutorials! Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigerer Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolgzündkerzen exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So kannst du die Motorabdeckung sehen, die du entfernen musst, um an die Zündkerzen zu gelangen. Entferne die Plastik-Motorabdeckung. Dazu benötigst du einen Schraubenzieher und einen 25er Torx-Einsatz, um die beiden sichtbaren Schrauben zu entfernen. Nun hast du Zugang zu den vier Zündspulen, die du entfernen musst, um an die Zündkerzen zu gelangen. Trenne die Stromversorgung der Zündspulen ab. Hebe dazu den Haltestift des Steckverbinders an und ziehe an der Klemme. Du kannst nun die Zündspule vorsichtig entfernen. Löse mit einem Steckschlüssel, einer Verlängerung und einem 16 mm Zündkerzen-Einsatz die Zündkerze und schraube sie dann von Hand ab. Wenn der Zündkerzenschlüssel nicht mit einem Klicksystem ausgestattet ist, um die Zündkerze zu halten und herauszuziehen, kannst du die Zündspule verwenden und für die letzten Umdrehungen den Einsatz auf diese Zündspule setzen, um sie problemlos herauszunehmen. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Nimm dir die neue Zündkerze zur Hand. Setz die neue Zündkerze ein. Schraube sie zuerst von Hand ein und zum Schluss mit dem Steckschlüssel. Es gibt verschiedene Techniken, um Zündkerzen anzuziehen. Du kannst auch einen Drehmomentschlüssel verwenden und so das vom Hersteller empfohlene Anzugsmoment einhalten. Oder du kannst einen Winkelspanner verwenden, um den empfohlenen Winkel einzuhalten. Wir empfehlen dir wärmstens unser Tutorial, so ziehst du eine Zündkerze an, anzuschauen, bevor du diesen Schritt ausführst. Setz die Zündspule wieder ein. Verbinde die elektrische Klemme wieder. Dazu muss der Verschlussdeckel angehoben werden. Setze die Klemme ein und drücke den Deckel nach unten. Du kannst nun den Vorgang für die anderen Zündkerzen wiederholen. Wenn du damit fertig bist, montiere die Motorabdeckung, indem du sie zuerst in die Plastiklaschen klemmst und sie dann kippst, damit du die beiden Schrauben mit einem Torx-Schraubenzieher wieder anschrauben kannst. Vorgang beendet! Like dein Video und abonniere dich! Das war wirklich cool! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!